Krass, wir haben es einfach in die Trends geschafft auf Platz 1, dank eurem ganzen Support. Vielen, vielen, vielen Dank, ich weiß gar nicht, wie ich euch einfach nur danken soll dafür. Wir haben uns was cooles überlegt und zwar wollen wir ein Community Musik Video machen, denn ihr habt das Ganze mir möglich gemacht. Der ganze Community Song wird eher so ein Party Song sein, seid einfach gespannt, genaueres Datum sag ich euch dann noch Bescheid. Was ihr machen müsst, um in das Musik Video reinzukommen, ist nicht viel. Ihr müsst einfach nur den Sound vom Song benutzen, irgendeine Stelle und einen Tanz oder so da drauf machen und das auf TikTok hochladen und den Hashtag NeinSteffenNein unter das Video schreiben. Ich werde mir auf jeden Fall diese ganzen Videos angucken und werde dann daraus ein mega, mega cooles Musik Video machen. Ich hoffe, dass ihr euch freut, genaueres Datum sag ich euch dann noch Bescheid, wann das Ganze online kommt, aber das sollte nicht zu lange von diesem Video hier entfernt sein. Deshalb geht jetzt alle auf TikTok, jeder kann da wirklich mitmachen und ja, viel Spaß auf jeden Fall und danke, 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 dass wir Platz 1 in den YouTube Trends sind. Dankeschön. Buh, was geht, Leute? Willkommen in diesem neuen YouTube Video auf meinem Kanal. Ab jetzt werden wir YouTube... Übernehmen! Das war ein bisschen spät, aber ab jetzt werden wir YouTube übernehmen, das werdet ihr sehen. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen mehr, über was jetzt in Zukunft passiert. Und ja, ich würde sagen, let's go. Also, ich erkläre euch jetzt auf jeden Fall, was in Zukunft passieren wird und was ich so geplant habe. Warte, ich bekomme hier einen Anruf. Ja. Das werden wir mal maximal krank lassen. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Also, ich habe gerade einen Anruf bekommen und diese Person hat mir auf jeden Fall gesagt, ich kann euch noch nicht sagen, wer, aber hat mir auf jeden Fall gesagt, das wird krass und wir werden alles übernehmen, okay? Also, ich kann euch aber so schon mal sagen, ich werde versuchen, jeden Tag ein neues Video raushauen. Das wird ein bisschen schwer, weil ich auch in Klasse 12 bin und so weiter. Meine Schwester wird auch versuchen, jeden Tag ein Video rauszuhauen. Sie steht auf jeden Fall hinter der Kamera. Das Ding ist, ich muss die Videos von uns beiden schneiden und deshalb könnte das ein bisschen schwer werden, auf Dauer jeden Tag ein Video rauszuhauen, bei meiner Schwester und bei mir. Aber wir versuchen unser Bestes. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr uns dann noch so ein paar Videoideen oder sowas in die Kommentare schreiben könntet. Nur bei diesem Video hier. Schreibt einfach, was ihr euch wünscht. Was ich euch dann auch noch sagen muss, ist, ich hätte Bock auf einen Reaktionenkanal. Ich habe den... Also, ich hätte auch noch Bock auf einen Reaktionskanal. Den ich auf jeden Fall schon gemacht habe. Ich verlinke euch den auch mal. Also, das heißt, wenn ihr den abchecken wollt, checkt den gerne mal ab. Der ist einfach in der Videobeschreibung verlinkt. Ich mache den ersten Link in der Videobeschreibung. Ihr checkt das ab, okay? Da werden dann auch noch Videos kommen. Ich sage euch aber noch genau, wann und wie und was und wo. Auf jeden Fall warte ich noch auf ein paar Teile von meinem Computer. Also, mein Computer hat ein Upgrade. Und darauf warte ich noch. Also, ich warte noch auf ein paar Teile. Und das Schwierige ist halt einfach, die Grenzen sind zu. Also, das wird ein bisschen schwer. Also, auf diesem Kanal werdet ihr hauptsächlich Vlogs und so weiter sehen. Auch ganz viele Challenges. Ich werde auf jeden Fall versuchen, alles so in Vlogs einzubauen. Lasst euch einfach überraschen, was jetzt in Zukunft kommen wird. Auf jeden Fall bin ich auch auf Insta und auf Snapchat und auf TikTok aktiv. Also, richtig aktiv. Checkt mich da auch gerne ab. Und sonst würde ich sagen, Leute, teilt dieses Video gerne. Lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Und abonniert mich. Ihr könnt auch einen Dislike da lassen. Aber wenn ihr das macht, hat keinen Spaß. Also, lasst auf jeden Fall gerne einen Dislike da, wie ihr machen wollt. Auf jeden Fall sehen wir uns dann morgen wieder. Auf jeden Fall, lasst euch einfach überraschen, was passiert. Ich sage euch ehrlich, bleibt einfach aktiv und ihr werdet sehen. Aktiviert die Glocke und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Morgen das Video wird auf jeden Fall schon richtig krass. Also, freut euch drauf. Und ja, haut rein. Ciao, ciao.